Es gibt zwei Dinge, die diese Stadt seit dem großen Krieg verändert haben. Zum einen die Firma berühren und zum anderen jene, die von dieser Firma mit einer Technologie ausgestattet sind, die den Körper technologisch erweitert. Diese erweiterten Menschen nennt man Extender. Mein Name ist Juzo Inui. Ich verdiene mein Geld damit, Probleme, die durch Extender verursacht wurden, zu beseitigen. Eine Waffe als Kopf? Du bist schon wieder in irgendwas verwickelt worden, nicht wahr, Juzo? Das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert. Für Berühren werden Kinder als Versuchskaninchen für ihre Forschung benutzt. Beschütze das Kind vor diesen Leuten, Juzo Inui. Du bist wirklich ein interessanter Kerl. Was bin ich? Die Scheiße ist am Dampfen. Ich habe keine Kippen mehr. Ich habe keine Kippen mehr.